Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Besucher. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Experte, lieber Solopreneur oder Solopreneurin. Ich weiß nicht, ob du schon eine Weile meine Videos anschaust, aber viele Leute, die zu mir in den Kennenlern-Gesprächen kommen und die ich sonst noch begegne, zum Beispiel in Webinaren oder gar auf Live-Events offline, sagen mir, dass sie sehr viele Stunden hier auf dem YouTube-Kanal verbringen und verweilen und schauen Videos mit mir zusammen an und anderen, mit denen ich in Gespräch bin. Und sie berichten mir, dass sie über Zeit allmählich das Gefühl bekommen, dass sie mich wirklich gut kennen. Und ich hoffe, dass es dir entweder demnächst so gehen wird oder jetzt schon so geht und dass du einen riesen Mehrwert aus den Videos erhältst für dich in deinem Herz-Business. Und falls du an den Punkt gekommen bist, wo du dir vorstellen kannst, dass du eventuell mit mir zusammenarbeiten möchtest, du denkst über eine mögliche Zusammenarbeit nach, aber du bist dir noch nicht sicher, ob das für dich in Frage kommt, dann wollte ich einfach heute eine Hand zu dir ausstrecken und dir eine herzliche Einladung aussprechen, nämlich komm zu uns in die virtuelle Kaffeepause. Das ist ein Gespräch mit unserem sehr erfahrenen und sehr einfühlsamen Enrollment-Coach Simone Fürster und sie spricht mit dir. Sie spricht mit dir persönlich über dein Business, über deine Ziele und Vorhaben und sie hilft dir, die Optionen der Zusammenarbeit zu finden, die am besten zu dir und deinen Zielen passen. Denn wir haben unterschiedlichste Optionen für verschiedene Bedürfnisse und Budgets und sowohl gibt es die Möglichkeit, im 1 zu 1 mit mir zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in einem längerfristigen Coaching- oder Mentoring-Programm, aber wir haben auch Gruppenprogramme, wo du Teil einer Gemeinschaft werden kannst und ebenfalls über längere Zeit Unterstützung und Beistand erhalten kannst von mir und auch von meinem Team. Ich bin nämlich gar nicht alleine in meinem Vorhaben, sondern wir haben hier auch Experten im Team, die dich in ihrem unterschiedlichen Themenbereich unter die Arme greifen und ihre Expertise weitergeben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du vorbeischaust bei der virtuellen Kaffeepause und ich poste direkt einen Link unterhalb dieses Videos. Sobald du bereit bist, bist du herzlich willkommen, in dieses Gespräch zu kommen, was unverbindlich und auch kostenfrei ist. Also, ansonsten genieße das YouTube-Kanal weiterhin und die Videos, die werden immer weiter kräftig und fleißig produziert. Wir sehen uns sehr bald online. Ich freue mich, mein Schirm dreht sich im Kreis. Bis dann, tschüss!